Musik Der Schwerpunkt der Ausbildung im APZ Metall bezieht sich auf die Vorbereitung im zweiten Bildungsweg, auf die Lehrabschlussprüfung im Bereich Maschinenbautechnik und Metalltechnik. Das zweite große Standbein ist die Lehrlingsausbildung, die überbetriebliche Lehrlingsausbildung gemäß § 30 und natürlich auch sämtliche Aus- und Weiterbildungsangebote für den Tirole Wirtschaftsamt. Die Motivation in erster Linie mit Menschen zu arbeiten, die im ersten Bildungsweg gescheitert sind oder aus was von Grund auch immer nicht abschließen konnten, zu einem Berufsabschluss zu verhelfen. Vor allem Jugendliche, die aufgrund ihrer Abschlusszeugnisse keine Lehrstelle erhalten haben, doch ihren Traumberuf zu verwirklichen. Die Erfolge sind, unzähligen Teilnehmern zu einer Lehrabschlussprüfung verholfen zu haben, Teilnehmern ein Selbstwertgefühl auf den Weg mitgeben zu können, dann schöne Erlebnisse wie zum Beispiel eine Mitarbeiterin hier im Haus zu haben, die ihre berufliche Karriere als Kursteilnehmerin bei uns begonnen hat und heute als Trainerin im Maschinenbau tätig ist. Für die Zukunft wünsche ich mir, noch vielen Menschen zu einem beruflichen Abschluss verhelfen zu können, vor allem Jugendlichen, die noch keine Lehrstelle haben und vielleicht orientierungslos sind, zu ihrem Traumberuf zu verhelfen. Weiterhin viel Freude und diese hohe Motivation, die ich immer noch spüre, auch nach 25 Jahren meiner Tätigkeit, dass sie noch lange anhält. Und die gute Zusammenarbeit mit meinen Auftraggebern wie das AMS Tirol und natürlich auch Partnerfirmen und Kursteilnehmern.